Du möchtest TrueNAS bei dir daheim installieren und weißt nicht, ist das das Richtige für dich? Oder du suchst nach einem NAS-Betriebssystem? Dann bist du genau richtig hier. Herzlich Willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Tobias Lerch. Ja, eigentlich mache ich ja Videos für Home Assistant. Ich habe unlängst eine Reihe angefangen, wo ich NAS-Betriebssysteme vorstelle, weil ich mir so gedacht habe, vielleicht ist so der eine oder andere, der sich überlegt, mein Home Assistant reicht mir nicht. Ich möchte mir vielleicht etwas mehr. Ich brauche etwas, um meine Videos zu verwalten. Ich brauche etwas, um meine Fotos zu verwalten. Das heißt, ich möchte virtualisieren. Ich möchte vielleicht auch ein paar Docker nutzen. Das soll aber nicht zu schwer sein. Es ist also wirklich eine rein neutrale Betrachtung und ich versuche auch meine persönliche Wertung da ein wenig bei herauszunehmen, sodass ihr euch selber eine Meinung bilden könnt und ein Bild vor allen Dingen davon machen könnt. Lange genug rumgeredet, wir fangen an mit der Installation. Die erste Hürde, die sich einem bei Tunas dann schon stellen wird, ist die Installation. Nämlich, was soll ich installieren? Es gibt reichlich verschiedene Software-Pakete. Einmal Enterprise, einmal Scale, einmal Core. Zumindest, was das Enterprise betrifft, denke ich mal, ist das eher nicht so für uns gedacht. Das ist eher so für den Business-Bereich. Aber bei Scale und Core, da könnte man jetzt schon der Meinung sein, hm, was versuche ich denn da jetzt? Was nehme ich denn da? Fangen wir mal bei Core an. Core ist auf FreeBSD basierend. Das hat natürlich Vorteile als auch Nachteile. Vorteil ist, es ist unglaublich gepflegt, es ist unglaublich durchgetestet und damit extrem stabil. Aber es unternutzt VMs, das ist gut, allerdings keine Linux-Container. Es gibt zwar die Möglichkeit, Plugins zu nutzen, die sind aber sehr, sehr limitiert und eingeschränkt und man hat ja auch keine große Anteil zur Verfügung an möglichen Plugins. Was Dateisysteme betrifft, ist es genauso umfangreich und gut getestet und erprobt, wie man es von so einem NAS-Betriebssystem auch erwarten kann. Geht man dann zu Tuners Scale, dann stellt man fest, dass das ebenfalls, ja, ein Tuners ist. Aber hier werden auf einmal dann doch Docker-Container unterstützt. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, Linux-Container und VMs zu verwenden, was für uns dann vielleicht doch schon etwas interessanter ist. Hier ist auch nochmal dargestellt, dass Tuners Scale auch von der Verwaltung der Daten noch mehr kann. Ja, Petabyte und Exabyte ist jetzt nicht unbedingt die Größenordnung, die ich bei mir verwende. Ich weiß nicht, wie es bei euch so ist. Ihr könnt mir ja mal in den Kommentaren schreiben, wie viel Speicher ihr denn so verwendet. Gut, OpenZFS wird verwendet und da kann ich sagen, ist in allen Tuners Versionen das ist eine sehr, sehr ausgereifte Variante, die dort zum Einsatz kommt. Wofür Tuners auch unglaublich gut ist, das spreche ich jetzt aus jahrelanger Erfahrung, ist, das als iSCSI-Device zu verwenden. iSCSI ist im Prinzip so ein Protokoll, was einem erlaubt, ein Speicher, also ein Pool, zum Beispiel ein ZFS-Pool, in seinen PC einzubinden, sei es Linux, sei es ein Hypervisor, ein ESXi, ein Proxmox und dann denkt, ich versuche das mal so vereinfacht zu sagen, dann denkt im Prinzip dieser Hypervisor oder dieses System, das Betriebssystem, das geht genauso auch bei Windows, dass es sich um eine physikalische Festplatte auch handelt. Also die wird genauso behandelt, man kann die dann halt lokal formatieren, man kann also alles damit machen und das ist wie so ein Container, der dann da ist, der aber als Festplatte auch unter dem Dateimanager bei Windows, könnt ihr euch das angucken, als Festplatte dann auch angezeigt wird. Das bietet viele, viele Vorteile und wird auch gerne im Business-Bereich für Storage-Anbindungen im Rechenzentrum auch verwendet. Also dafür ist es auch unglaublich gut, jetzt habe ich ziemlich weit ausgeholt, entschuldigt dafür, aber da bin ich sehr begeistert davon. Das ist so das Große, es gibt auch Hardware, da will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, weil ich denke mal, wir basteln uns unsere Hardware dann halt selber zusammen oder nehmen etwas, was wir vielleicht schon liegen haben und auch da gilt genauso, wie auch bei meinem ersten Video, was ich gemacht habe, wichtig ist, dass die Hardware Virtualisierung unterstützt, wenn ihr denn auf Container zugreifen möchtet oder die verwenden möchtet oder aber auch, wenn ihr virtuelle Maschinen betreiben wollt. Auch braucht ihr ein wenig RAM. ZFS ist auch schon ziemlich RAM-hungrig. Man kann mit 8 GB RAM anfangen, aber man sagt, dass man durchaus bei einer gewissen Anzahl an Terabytes auch durchaus mehr RAM haben sollte. Man kann das natürlich auch entsprechend einstellen, aber ich sage mal, mit 8 GB anfangen ist okay, aber mehr ist besser. Ich würde jetzt mal empfehlen, wir entscheiden uns für das Scale, weil einfach die Flexibilität größer ist. Das Ganze basiert, wenn ich das richtig weiß, auf Debian. Ich habe es jetzt hier gerade nicht gefunden, aber ich bin mir relativ sicher, dass das ein Debian-Betriebssystem war. Falls nicht, verzeiht es mir, ihr könnt mich dann gerne korrigieren. Wir wollen das Ganze herunterladen. Wir sagen jetzt ein Get Trunas Scale und wir sagen, nein, ich möchte mich jetzt nicht registrieren. Das brauchen wir nämlich nicht und wir können die letzte Stable hier herunterladen von Scale und wir speichern diese ab. Als nächstes brauchen wir ein Tool, um das Ganze dann auch auf unseren USB-Stick zu bringen. Dieses Mal wird nicht vom USB-Stick gebootet, sondern wir brauchen den USB-Stick, um das dann auf einer Festplatte zu installieren. Ich werde jetzt in meinem Fall wieder mein Testsystem verwenden. Das besteht aus einer eMMC mit einer SSD und einer NVMe. Das ist kein authentisches Setup. Ich möchte es auch an der Stelle nochmal erwähnen, aber für die Videos sollte es reichen. Ihr könnt natürlich dann eure Hardware verwenden mit entsprechenden HDD-Festplatten, Cache-Drives, zum Beispiel eine SSD als Cache-Drive einbauen, sodass ihr in der Lage seid, dann halt mit dem Cache-Drive auch den Kopiervorgang zu beschleunigen. Das bietet auch Trunas als Option an. Das gibt es diese Möglichkeit. Es ist auch echt einfach zu konfigurieren. Als nächstes brauchen wir aber ein Tool, um das Ganze zu machen. Dieses Tool nennt sich Balena Etcher. Das würde ich euch empfehlen, auch herunterzuladen und zu installieren. Dann brauchen wir das für Windows. Wir laden es herunter und speichern uns das ebenfalls ab. Wir starten also unser Balena Etcher, sagen Flash vom Pfeil, wählen dort dann das Trunas Scaler heraus, was wir uns ausgewählt haben und selektieren unser Target, also unseren USB-Stick, den wir dann hoffentlich zuvor auch in unseren PC gesteckt haben. Dort wählen wir dann diesen Stick aus und sagen Select und flashen das Ganze. Nach dem Flash-Vorgang findet noch ein Validierungsvorgang statt. Das heißt, da wird geprüft, ob das Image, was auf diesem Stick geschrieben worden ist, ob das auch entsprechend in Ordnung ist. Ist das abgeschlossen, nehmen wir den Stick und machen das in unsere Ziel-Hardware hinein und booten davon. Ihr müsst es entsprechend in den BIOS einstellen, dass ihr dann einmalig auch von diesem Stick bootet, um dann das Betriebssystem zu installieren. Wir werden den Installationsprozess gemeinsam durchführen. So, der Vorgang ist beendet. Wir können also das Programm beenden und den Stick in die Hardware hineinstecken. Als nächstes wählen wir uns jetzt diesen USB-Stick aus als Boot-Device, damit er davon bootet und uns dann entsprechend auch die Installationsroutine startet. Und das machen wir jetzt auch. Wir sagen jetzt Start, Tuner, Scale, Installation. Dann erscheint ein Menü, wo wir uns jetzt auswählen müssen, dass wir installieren oder upgraden wollen. Hier wählen wir jetzt das Device aus, welches wir verwenden wollen. Ich nehme jetzt hier dieses SDB zunächst einmal. Das ist die kleinste Platte, die ich hier drin habe und bestätige das mit OK. Dann sage ich Yes und sage, dass wir dann das Passwort über die Web-UI dann setzen wollen und bestätige das mit OK. Denkt daran, dass ihr jetzt auch noch ein Netzwerkkabel eingesteckt haben solltet, damit ihr natürlich auch dann eine IP-Adresse von eurem DHCP-Server bekommt. Wir generieren einen Swap. Das stellen wir ein. Das macht ihr dann auch automatisch. Und dann startet der Installationsprozess. Ist der Installationsprozess abgeschlossen, kriegen wir eine Bestätigungsmeldung und die können wir mit OK quittieren und sagen einfach Reboot System und entfernen dann auch den USB-Stick. Gegebenenfalls müssen wir im BIOS dann noch einstellen, dass er von dieser Festplatte auch booten soll. Wir booten das System neu und schauen, ob er uns direkt ins TrueNAS hineinbootet oder ob wir noch was machen müssen. Sieht gut aus. Er bootet uns direkt hinein. Das warten wir jetzt ab. Jetzt finden die ganzen Initialisierungen statt. Wenn er dann damit durch ist, dann sollte uns auch eine IP angezeigt werden. Und wie wir sehen können, hat er sich eine IP-Adresse gezogen. In unserem Fall die 192.168.101.120. Und die werden wir jetzt im Webbrowser eingeben. Wenn euch das Video gefällt, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen hoch freuen und natürlich auch, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Und bevor es jetzt weitergeht im Kontext, möchte ich euch nochmal ganz kurz die Hardware zeigen, die ich vielleicht als Empfehlung mitgeben könnte. Ich habe es schon bei meinem anderen Video gemacht, aber an der Stelle möchte ich es dann nochmal wiederholen. Also schauen wir hinein in die Hardware. Um jetzt nähere Infos zum Thema Hardware zu bekommen, kann ich euch empfehlen, auf meinem Discord-Server vorbeizuschauen. Den QR-Code zum Login mit dem Einladungslink blende ich euch jetzt hier ein. Weiterhin findet ihr natürlich auch in meiner Videobeschreibung als auch auf meiner Blogseite ebenfalls einen Link zu dem Discord-Server, sodass ihr ihn einfacher finden könnt. Wenn wir jetzt auf dem Discord-Server sind, dann gibt es eine Kleinigkeit zu beachten. Und zwar sind da schon einige drüber gestolpert. Deswegen möchte ich es an dieser Stelle nochmal erwähnen. Wenn ihr jetzt hier euch anmeldet, dann bekommt ihr den Hinweis, dass ihr zunächst einmal die Regeln bestätigen müsst. Das heißt, ihr müsst auf die Regeln gehen. Und ganz oft ist es dann so, dass man es einfach wegklickt. Das reicht aber nicht aus. Ihr müsst hier unten auf dieses Häkchen gehen und dieses Häkchen quittieren. Also einfach da draufklicken. Und wenn ihr das getan habt, dann werden euch alle Foren, die jetzt hier auch so zu sehen sind, freigeschaltet. Macht ihr das nicht, seht ihr lediglich den Chat. Wir sind daran am Erarbeiten und wollen das auch mal ein wenig vereinfachen. Aber bis das soweit ist, ist das der Weg. Um jetzt die Hardware-Vorschläge zu sichten, gibt es eine Rubrik in dem Forum. Und da geht ihr hier einfach auf Hardware. Dort könnt ihr diesen Thread euch öffnen. Dort sind auch einige Beispielbilder und vor allen Dingen auch Links hinterlegt. Vielen Dank an meinen Moderator, der sich hier darum gekümmert hat, das Ganze auch einzuflegen. Er hat die Sachen alle rausgesucht und guckt auch, dass das Ganze immer aktuell bleibt und hat uns auch einige Bilder zur Verfügung gestellt. Es gibt auch mittlerweile schon einen weiteren Beitrag zu diesem Thema, wo auch andere aus der Community mit dieser Hardware schon am Rumexperimentieren sind. So weit, so gut. Es geht bei dieser Hardware um ein Serverboard. Und zwar kriegt man das bei RAM-König. Es sind noch 449 auf Lager, es sind also noch ein paar da. Das Spezielle an diesem Board ist, es hat einen IPMI, das ist so ein Fernwartungsanschluss. Das heißt, ihr könnt ohne, dass das Board läuft, über eine Netzwerkschnittstelle, das ist die hier, könnt ihr direkt auf das Board zugreifen und könnt quasi euch so eine Konsole aufmachen. Und dann sieht das so aus, als ob ihr einen Monitor angeschlossen habt. Könnt ihr aber einen Webbrowser darstellen. IPMI nennt man das. Weiterhin hat dieser Prozess natürlich den Vorteil, es ist ein EPIC, AMD EPIC, das ja relativ energiesparend ist. Also ich brauche ohne Festplatten so um die 30 Watt. Bei mir im Discord-Server gibt es auch welche, die sagen, sie haben es schon geschafft, das auf 24, 25 Watt runterzudrücken mit entsprechenden Settings und entsprechenden Komponenten. Also da ist bestimmt noch Potenzial da. So viel Energie habe ich da nicht reingesteckt. Weiterhin unterstützt das System hier ECC-RAM. Und ECC-RAM ist ein RAM, der dafür Sorge trägt, dass Speicherfehler korrigiert werden automatisch und ihr damit natürlich auch sicherer unterwegs seid. Kann ich also sehr empfehlen. Klar, dann braucht es noch ein Gehäuse dazu. Ihr braucht das nicht. Wenn ihr etwas habt, was funktioniert, dann nutzt es. Wenn ihr etwas verändern wollt, ein Serverboard hat natürlich schon seinen Charme, weil es für einen 24-7-Betrieb auch ausgelegt ist, ist das einfach eine Empfehlung. Jetzt machen wir aber wirklich wieder weiter. Und zwar rufen wir jetzt die IP-Adresse. Wir erinnern uns vielleicht noch, das war die 192.168.101.120. Die rufen wir in unserem Webbrowser auf. Und dann hat man jetzt hier eine Auswahlmöglichkeit. Einmal zu sagen, ich möchte einen administrativen User einstellen oder einen Root-User. Root-User ist not recommended, das ist nicht empfohlen. Deswegen lassen wir jetzt auch mal den administrativen User. Und jetzt wird uns hier ein Passwort empfohlen. Wir nehmen jetzt einfach ein sicheres Passwort, was wir verwenden können. Und nun locken wir uns ein. Wir sehen hier ein Dashboard. Auf dem Dashboard ist einfach mal die Information darüber dargestellt, wie lange hier die Uptime von dem Trunas ist, dass es sich um das Trunas-Scale handelt. Hier kann man sich dann auch über Updates erkundigen. Das heißt, man drückt drauf und da wird eine Abfrage gemacht, ob es dort Updates gibt. Den man jetzt hier auf Refresh drückt. Aber momentan gibt es hier keine Updates. Also auch wenn ihr auf Download drückt, könnt ihr das machen. Ihr könnt dann auch die Konfiguration speichern. Gehen wir wieder zurück. Man bekommt hier noch Links auf die Dokumentationsseite von Trunas-Scale. Man sieht hier die Auslastung der CPU. Die ist momentan nicht sehr beschäftigt. Auch kann man hier sehen, wie viele Kerne die CPU gerade hat und welche Temperatur, was der heißeste Kern ist über alle Kerne und wie die höchste Nutzung ist. Weiterhin haben wir Informationen über den Arbeitsspeicher, hier mit Memory gekennzeichnet. Es ist nicht sehr viel bei mir verbaut gerade. Auch ZFS-Cache, der verwendet wird, ist momentan sehr gering, weil wir haben noch gar kein ZFS-Pool angelegt. Ebenso findet man hier Informationen zum Netzwerk und allgemein auch Tasks. Im linken Menü findet man jetzt die Möglichkeit, auszuwählen zwischen Storage, das wird nachher wichtig sein, wir werden ein Pool anlegen müssen, zwischen Datasets. Dazu vielleicht eine kleine Erläuterung. In Trunas gibt es die Möglichkeit, Storage anzulegen, also als ZFS-Pool oder ein Dataset anzulegen mit einem normalen Dateisystem, also kein ZFS-Dateisystem. ZFS ist wiederum ein Dateisystem, welches gerne auch in Speicherbetriebsumgebungen eingesetzt wird, also Datenzentren im Serverbereich. Es ist dafür bekannt, dass es sehr sicher ist und ausfallsicher ist. Ich muss dazu sagen, bei Trunas ist das ZFS-Dateisystem sehr sauber integriert und auch schon sehr gut getestet. Ich habe damit viele Jahre schon gearbeitet, auch im hauptberuflichen Zweig. Ich kann nur sagen, dass ich dieses ZFS, so wie die Integration ist, sehr, sehr wertschätze. Also das ist top. ZFS bietet auch noch Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel Snapshots erstellen, also im laufenden Betrieb von dem gesamten Datenpool, den man angelegt hat. Und das kann bei Ransomware-Attacken zum Beispiel sehr sinnvoll und hilfreich sein, wenn man eingestellt, dass man alle paar Stunden oder Tage halt einen Snapshot macht. Dann kann man einfach sein Dateisystem komplett wiederherstellen zu diesem Zeitpunkt des Snapshots. Und das Ganze wird auch auf der Duplizierung geachtet. Das heißt, dass keine Datenblockwelt dann auch da sind, sondern schaut ja quasi beim Snapshot, was ist schon da und was ist neu hinzugekommen. Und insofern ist dann auch der Datenwachstum relativ überschaubar. Aber ja, es braucht Kapazität. Das muss man einfach wissen. Dann hat man hier die Möglichkeit, Shares zu definieren. Und zwar, was für Shares? Einmal Windows SMB, Unix FNS und iSCSI. iSCSI hatte ich ja schon mal erwähnt. Das sind die Möglichkeiten, die einem hier geboten werden. Data Protection, da kann man entsprechende Tasks noch einrichten. Gehe ich jetzt nicht im Detail drauf ein. Brauchen wir jetzt auch nicht. Network, dort kann man die Settings nochmal einstellen. Wir haben jetzt alles auf DHCP stehen. Für so ein System, NAS-System, bietet es sich natürlich an, das Ganze irgendwann mal umzustellen. Und zwar von DHCP auf statisch. Dann macht man dieses Häkchen weg. Müsst ihr dann aber entsprechend auch in eurem Router berücksichtigen. Dann kann man hier Credentials vergeben, also Benutzer und Benutzergruppen, was dann auch zum Beispiel für die Dateivergaben relativ wichtig ist. Und hier ist der Punkt Virtualisierung. Hier werden dann alle virtuelle Maschinen angelegt und angezeigt. Und ebenfalls haben wir hier noch Apps. Das heißt, nach Apps kann man auch suchen. Da geben wir aber im Detail noch ein. Und Reporting sind dann einfach Log-Informationen, wie die CPU-Auslastung gerade ist, wie der Verlauf ist. Das kann man sich dann hier auch anschauen, kann hier auch nochmal selektieren, dass man sich vielleicht die Platten anschauen möchte, wie die Disk-IOs sind, was bei solchen Systemen immer recht wichtig ist. Also ihr seht, schon mal sehr, sehr umfangreich und muss auch sagen, sehr ausgereift. Also da gibt es gar nichts dran zu meckern. Aber ja, es ist auch ein Stück weit komplexer, was die Konfiguration betrifft. Das kann ich an dieser Stelle schon mal sagen. Dafür aber sehr professionell und wird auch im professionellen Umfeld auch gerne eingesetzt. Als nächstes wollen wir uns jetzt einen Pool anlegen und zwar einen ZFS-Pool. Dazu begeben wir uns mal auf Storage und dort werden wir auch schon geführt durch diesen ganzen Prozess und gehen auf Create. Hier werden wir jetzt nach einem Namen gefragt. Das heißt, hier vergeben wir einen sinnvollen Namen für unseren Pool. Man könnte hier noch wählen, ob man das verschlüsseln möchte. Das lasse ich aber sein. Dann gehen wir auf Next. Als Layout nehmen wir jetzt in unserem Fall einen Stripe, weil ich nicht genügend Laufwerke habe. Man könnte jetzt auch, wenn man zwei gleiche Festplatten hat, zum Beispiel einen Mirror machen und dann werden die beiden Platten gespiegelt. Dann gibt es noch ein RAID-Z1. Das heißt, da ist dann im Prinzip Ausfallsicherung 1. So kann man das mal verstehen. Das heißt, wenn eine Festplatte kaputt geht, dann wird es trotzdem noch funktionieren, weil die zweite Festplatte dann halt die Daten enthält. Bei RAID-Z2 habt ihr zum Beispiel drei Platten. Dann könnt ihr RAID-Z2 sagen, dann habt ihr zwei Platten, die für die Datensicherheit da sind und es müssten dann auch wirklich zwei Platten ausfallen, dass das Teilsystem kaputt wäre. Und so geht das natürlich immer wieder weiter. Also wir lassen jetzt Stripe an der Stelle. Der wird ja bestimmt gleich meckern, weil wir keine Ausfallsicherheit haben, aber das macht nichts. So, als Disk nehme ich jetzt hier die kleinere mal, die 238, die ich in meinem System habe und lasse den Rest erstmal so, wie es ist. Und sage Next. Hier kann man noch ein Verzeichnis angeben, wo die ZFS-Logs abgelegt werden. Ich lasse jetzt alles an der Stelle auf Default. Dafür müsste man jetzt im Detail nochmal drauf eingehen. Das soll aber hier ja ein Video sein, was euch erstmal nur die groben Möglichkeiten zeigt. Wenn ihr da mehr davon wissen wollt, auch mit Thunas noch mehr gemacht werden sollt, schreibt es mir in den Kommentaren mit Hashtag Thunas. Dann können wir auch da zu dem Thema gerne mehr machen. Das heißt, auch das lassen wir so. Also, vielleicht aber noch die Anmerkung, wenn wir Logfiles haben, bitte niemals auf diesem ZFS-Pool speichern, weil wenn ihr das auf diesem Pool habt, wo eure Platten sind und ihr wollt die Platten irgendwann mal schlafen legen, also dass die halt in Spin-Down gehen, dann funktioniert das nicht, weil er andauernd Logfiles drauf schreibt. Das heißt, ihr werdet niemals die Möglichkeit haben, Platten sauber zum Schlafen zu legen. Als nächsten Schritt, Spare brauchen wir jetzt in der Stelle auch nicht. Wir gehen ebenfalls wieder auf Next Cache. Das ist vielleicht noch interessant, wenn ihr einen Cache-Drive habt, dann wird dieses Cache-Drive, zum Beispiel eine NVMe, die halt recht schnell ist und schnell schreiben kann, dann wird dieses Cache-Drive genutscht, um die Daten vom Netzwerk schnell in diesen Cache zu schreiben. Wenn ihr zum Beispiel 2 TB Cache hättet, als Beispiel, dann könnt ihr bis zu 2 TB Daten rüberschieben und zwar mit maximaler Geschwindigkeit, zum Beispiel bei einem 10 GB Ethernet-Netz. Danach würde er jetzt die Daten dann quasi auf HDD-Drive schreiben, die deutlich langsamer sind. Das heißt, ihr habt dann aber intern im Netz die maximale Speed, das mal so als kleine Erläuterung. Mit Metadaten geht es genauso. Auch da, niemals bitte das ZFS-Dorage macht, dann legt euch dann einfach was anderes an, nehmt eine Platte, einen USB-Stick oder wie auch immer, wo ihr dann diese Daten drauf speichert. Deduplizierung bedeutet, dass er halt schaut und Informationen ablegt, wie viele Daten sind redundant und wenn er redundante Daten findet, dann speichert er es gar nicht erst ab, sondern macht nur die Änderung und wird gespeichert. Gehen wir auf Weiter und lassen das Ganze so, wie es ist und sagen Create Pool. Ja, wir müssen das bestätigen, dass er hier alles löschen möchte und wir bekommen, wie ich fast vermutet hatte, auch den Hinweis, dass das nicht unbedingt gut ist, ohne Ausfallsicherheit zu arbeiten. Machen wir jetzt aber trotzdem. Und schon ist der Pool erstellt. Wir sehen jetzt hier auch, dass wir eine Speicherkapazität verfügbarer haben von 230,63. Wir können jetzt hier auch sehen, dass er auch noch meckert, dass wir keine Redundanz haben. Auch den Status, der wird hier uns überall mit grün angezeigt, also erstmal alles im grünen Bereich. Damit haben wir unseren Pool angelegt. Jetzt haben wir uns ja eine Zeit lang auch nicht mehr mit dem System beschäftigt und dann ist es so, dass ein gewisser Timeout eingestellt ist und sich das System auch abmeldet, das Webinterface. Geht ihr dann wieder drauf, dann müsst ihr euch wieder erneut anmelden. Was ja auch eigentlich sinnvoll und sicher ist. Allerdings gibt es dazu zu sagen, dass man jetzt, wie wir vorhin ja einen Benutzer vergeben haben, namens Administrator vermeintlich. Ist aber nicht so. Der Name des Benutzers war Admin gewesen. Da achtet drauf, sonst könnt ihr euch nämlich nicht mal anmelden und könnt jetzt dann eure Credentials wieder eintragen. Nun wollen wir uns das Thema mit den Apps mal anschauen. Wir hatten in der Android-Variante ja die App Kodi und AdGuard installiert. Fangen wir mal mit AdGuard an. Das heißt, wir gehen hier auf Apps, dann auf Check Available Apps und tippen einfach mal AdGuard ein. Und dann finden wir es auch schon. Wir können jetzt hier sagen Install. Ah ne, wir gehen nochmal einmal wieder zurück. Hier gibt es noch eine wichtige Information, dass man gucken soll, welcher Port dann auch dort eingetragen ist. Weil der forciert das Ganze, dass halt dort die Web-Uhr auf einem speziellen Port ist. Also hier 30.000 ist hier genannt. Das überprüfen wir jetzt nochmal. Das seht ihr nämlich hier. Also hier ist es der Port 3004 in unserem Web-Port, damit wir das Ganze auch hinterher erreichen können. Die restlichen Einstellungen können wir erstmal so belassen. Das sind die Standard-Settings. Da hat man hier noch die Möglichkeit auch Anpassungen vorzunehmen. Application-Namen. Das sind so Segmente unterteilt, sodass man es auch direkt sehen kann. Storage-Configuration. Hier könnt ihr also noch einen Pfad zum Beispiel angeben, wo er dann irgendwo da hinschreiben soll. Also da sind dann so die Anpassungsmöglichkeiten. Hier kann man auch noch die CPU-Limits oder auch die Memory-Limits eintragen, dass er zum Beispiel niemals 8 GB nutzen soll. Ich lasse es jetzt aber alles im Standard. So, es steht hier Deploying. Das heißt, wir warten einen Moment ab. Nun steht hier Running. Das heißt, wir sollten jetzt unsere IP-Adresse von unserem Server hier nehmen können und dann mit dieser IP-Adresse und dem daher hinterher gesetzten Port auch das Ad-Card aufrufen können. Das probieren wir gleich mal aus. Ja, ich habe also hier diese Adresse eingegeben. 122.168.1.1.120.3.30.004 und komme jetzt in den Einrichtungsassistent. Wir können es mal kurz machen. So, bei der Admin-Weboberfläche müssen wir nun bei allen Schnittstellen einen anderen Port eintragen, weil es ist ja nicht unser Port 80, sondern wir haben ja diese 3004 eingetragen. Diese tragen wir jetzt hier an dieser Stelle auch ein und bestätigen das Ganze mit Weiter. Jetzt müssen wir Benutzername und Passwort festlegen. Das tun wir jetzt auch. Fehlt bei solchen Sachen immer gleich sichere Passwörter, weil hinterher macht man es dann eh nicht mehr und dann ist es gefährlich. Wir gehen auf Weiter. Gehen nach unten. Wieder auf Weiter und sagen Übersicht eröffnen und melden uns an. So, und schon haben wir unser Ad-Guard installiert und klar könnten jetzt unsere Clients darüber laufen lassen. Als nächstes möchten wir uns vielleicht nochmal anschauen, wie das mit Kodi ausschaut. Wir gehen mal wieder auf Discover Apps, machen hier unser Ad-Guard, was wir hier in der Suche drin hatten, weg und tippen mal zum Beispiel Kodi ein und stellen fest, Kodi gibt es nicht. Und das ist schon wieder so ein Punkt. Also Kodi ist tatsächlich, gibt es noch keinen Fork jetzt hier für Tunas, für diese Plugins. Vermutlich wird es funktionieren, wenn ich das direkt manuell als Docker installiere, aber es soll ja so einfach wie möglich sein. Ich würde jetzt vorschlagen, wir nehmen jetzt einfach was anderes und gucken mal, ob es zum Beispiel Plex gibt. Und Plex gibt es. Das heißt, dann werden wir jetzt diesen Plex Media Server mal einfach installieren. Sieht jetzt auch erstmal so aus, als ob wir nichts weiter einstellen müssen. Okay, wir sagen Install. Wichtig ist auch wieder der Port wahrscheinlich. Und der ist jetzt 32400, den merken wir uns mal. Ach, interessant ist hier auch, hier kann man auch angeben, ob man eine GPU nutzen möchte. Und das zeigt einem vermutlich die auch an. Ich habe jetzt keine GPU in diesem System verbaut. Aber das ist hier gerade für Plex, fürs Transkodieren, relativ wichtig. Das gefällt mir schon mal ganz gut. Ohne jetzt verifizieren zu können, ob es dann wirklich funktioniert. Es wird der Container deployed. Und wir schauen mal, was passiert. Die Webadresse oder das Webportal könnt ihr übrigens auch erreichen, wenn ihr den jeweiligen Container hier in der Übersicht anschaut. Also jetzt nehmen wir mal den Plex-Container und wir drücken auf Webportal. Und schon gelangen wir auf unseren Plex-Server und könnten diesen jetzt einrichten. Dafür müsste man jetzt einen Account anlegen. Den kann man bei Plex kostenlos erstellen und wir melden uns an. Und schon sieht man, okay, das Plex läuft auch hier an dieser Stelle. Also so einfach lässt sich auch ein Plex-Server. Also grundsätzlich muss ich sagen, auch das geht relativ gut. Es ist aus meiner Sicht vielleicht nicht ganz so intuitiv wie jetzt bei Android, aber auch dort funktioniert das mit den Apps. Man stellt fest, dass die Anzahl der Apps etwas weniger ist. Also jetzt im Fall Kodi ist jetzt vielleicht ein Zufallstreffer, den ich da jetzt erwischt habe, wo es mal nicht geklappt hat. Okay, muss man jetzt mal schauen, ob das sich wiederholt. Ansonsten kann ich sagen, kann man es auf jeden Fall durchaus verwenden. Und das macht einen soliden Eindruck. Als nächstes wollen wir nun Home Assistant installieren. Dazu sind ein paar Schritte notwendig. Und zwar vorbereitenderweise müssen wir jetzt erst einmal ein Dataset anlegen, weil das Home Assistant quasi als Image, als virtuelles Image vorhanden ist. Und das müssen wir irgendwie in unsere StruNas hineinbekommen. Und dafür braucht es halt einen Speicherplatz, sag ich es mal so. Und dieser Speicherplatz muss innerhalb dieses ZFS-Volumes, dieses Pools angelegt werden. Dazu gehen wir auf Dataset, dann auf Add Setfall und geben dem jetzt einen Namen. Ich nenne das jetzt mal Home Assistant. Hier gebe ich eine Size vor. Bei dem Installations-Image von Home Assistant, da ist es so, dass man dort 32 GB hat. Wir können hier aber gleich schon mehr nehmen. Ich habe jetzt nämlich mal 50 GB. Müsst natürlich darauf achten, wie viel ihr zur Verfügung habt. Das waren noch die einzigen Settings, die wir hier vornehmen müssen. Und jetzt brauchen wir dieses Image. Und wenn wir jetzt auf die Seite von Home Assistant gehen, auf Home Assistant.io, da geht ihr auf Getting Started und auf Other Systems. Und dort findet ihr drei verschiedene Images. StruNas basiert auf KVM. Insofern müssen wir jetzt ein Image auswählen, was KVM basierend ist. Und das steht hier KVM Proxmox. Das passt für uns. Jetzt könnte man meinen, jetzt können wir es einfach draufklicken und runterladen. Nee, das ist leider nicht so. Es müssen ein paar Schritte gemacht werden. Nehmt jetzt mal den rechten Mausklick und sagt Link kopieren. Jetzt haben wir den Link quasi in der Zwischenablage. Und jetzt müssen wir leider auf Systems und auf die Shell gehen und uns dieses Image manuell herunterladen. Es geht leider nicht anders. Es sei denn, ihr habt eine bessere Idee, dann teilt sie mir mit. Ich habe jetzt keinen anderen Weg gefunden, das Image dort zu implementieren. Dann geben wir ein sudo wget. Wget ist quasi der Download-Befehl. Und wenn wir jetzt mit dem rechten Mausklick drücken, kriegen wir angezeigt, ups, das geht so nicht. Ihr müsst jetzt zum Kopieren Ctrl-Insert oder Shift-Insert machen. Also, wir wollen einfügen, fürs Einfügen Shift-Insert. Also müssen wir Shift und einfügen und dann können wir auf Enter drücken. Jetzt müssen wir unser Admin-Passwort eingeben und warten, bis der Download abgeschlossen ist. Wenn ihr jetzt ls eingibt, dann seht ihr, dass es jetzt hier einen Fall gibt. Das nennt sich QCode2.xz. Und xz ist ein Indikator dafür, dass es gepackt ist. Das heißt, wir müssen es erst entpacken, damit wir damit weiterarbeiten können. Dafür tippen wir ein sudo unxz. Das ist fürs Entpacken. Und wenn ihr jetzt ha eintippt und die Tabulator-Taste drückt, dann wird es ergänzt und ihr könnt es direkt ausführen. Und jetzt heißt es wieder etwas warten. Ich werde euch diese ganzen Befehle auf meiner Blog-Seite nochmal verlinken, sodass ihr die eigentlich einfach kopieren könnt und dann mit Shift und Insert einfügen könnt. Aber achtet darauf, dass sich unter Umständen die Versionsnummer von Home Assistant ändert. Also insofern das immer dann natürlich ansprechend angleichen, weil das werde ich vermutlich nicht schaffen, das immer nachzuhalten. Jetzt ist das auch fertig und jetzt müssen wir dieses Image quasi noch in dieses Dataset hineinschieben und konvertieren, weil wir jetzt ein QCode-Image haben. Und das Tunas kann jetzt nicht mit QCode umgehen, sondern es kann nur mit RAW-Images umgehen. Das heißt, wir machen jetzt folgendes. Wir nehmen jetzt von QEMU, also das ist das KVM, was jetzt hier drauf ist. Dann nehmen wir jetzt QEMU, minus Image, Convert und packen aber davor natürlich auch wieder ein Sudo, weil wir müssen als Administrator agieren. Minus großes O, RAW. Jetzt könnt ihr wieder HA und jetzt ist das XZ auch weg, weil wir es ja entpackt haben. Und müssen das jetzt auf unser Ziellaufwerk packen. Das war DEV ZVOL, das ist dieses Volume, dieses Z, dieser Pool. Pool, den müssen wir jetzt angeben. Das war ZFS Pool, haben wir den genannt. Und darin muss jetzt ein Home Assistant liegen. Das können wir auch wieder mit der Tabulator-Taste uns vervollständigen lassen. Wir führen es aus und jetzt wird unser Image entsprechend in diesen Pool, in den Dataset des Pools hineinkopiert. Dauert wieder einen kleinen Moment. Wenn er in die nächste Zeit springt, ist es eine Indikation dafür, dass er jetzt auch fertig ist. Dann gehen wir jetzt auf Virtualization und wir sagen Add. Und wir wollen als Gastbetriebssystem Linux, weil Home Assistant ist Linux-basierend, und geben als Namen Home Assistant hier ein. Lassen den Rest jetzt hier, wie er ist. Wir müssen hier bei Passwort, das ist im Prinzip für die VNC-Konsole, also Spice-Konsole nennt sich das, und das ist im Prinzip ein webbasiertes Fensterchen, was uns dann den Monitor quasi virtuell anzeigt von dieser virtuellen Maschine. Habe ich das jetzt richtig erklärt? Also hier vergebt ihr ein Passwort. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Und dann gehen wir auf Next. Jetzt können wir hier auswählen, welche CPUs. Wir sagen jetzt mal zwei virtuelle und zwei Cores sollen wir nehmen. Den Rest lassen wir mal. Und als CPU-Mode mache ich mal ein Host-Path-Through. Und als RAM vergebe ich jetzt das, was ich jetzt noch hier habe, so zwei Gigabyte nehme ich mal. Ihr seht, das Tunas ist schon ziemlich RAM-hungrig, was jetzt so die anderen Dienste betrifft, vor allem den ZFS. Das war bei Android etwas besser, aber ich muss dazu sagen, ich habe bei Android auch kein ZFS-Volume erstellt. Das habe ich jetzt hier gemacht. Das haben wir. Wir gehen auf Next, sagen jetzt hier Use Existent Disk Image, wählen Virtual I.O. aus und jetzt müsste auch unser Home Assistant Pool hier angezeigt werden und das tut es auch, unser Home Assistant Dataset. Wir gehen wieder auf Next, haben jetzt hier unser Netzwerk-Interface, können alles so lassen, wie es ist, müssen allerdings hier noch auswählen, welches physikalische Interface wir daran verknüpfen wollen, also von diesem virtuellen Adapter. Und da wählen wir den EMP ES4S0 aus, das ist der einzige, den ich bei mir drauf habe, können jetzt hier drüber springen, mehr brauchen wir nicht und sagen Save. Jetzt könnte man die Maschine hier starten, ich möchte aber noch eins machen, ich habe noch einen Zigbee-Stick eingefügt und den möchte ich direkt auch gleich mit hinzupacken. Dazu gehen wir auf dieses Home Assistant, gehen auf Devices und sagen Add und wählen hier als Typ USB-Path-Through aus, Controller-Mode, nehme ich jetzt Cuemo XHCI und finde jetzt hier schon meinen Dresden Elektronik, das ist mein Decon-Stick, den ich jetzt hier zum Testen immer habe und sage Save. Damit haben wir eigentlich alle Sachen erledigt, wir gehen wieder zurück, setzen das Häkchen an der Stelle und jetzt startet unsere virtuelle Maschine. Wir klicken da drauf und wir gehen auf Display. Tippen hier unser Passwort ein, was in meinem Fall jetzt hier auch Home Assistant ist, aber ihr vergebt natürlich ein gutes, sicheres Passwort. Es ist sehr, sehr wichtig. Bei mir wird die VM nachher sowieso wieder gelöscht werden. Jetzt heißt es, warten bis wir eine IP-Adresse bekommen. Wir haben schon eine, das ist jetzt hier die 1921-8101-143 und das heißt, wir tippen jetzt im Browser ein, diese 143-8123. Das ist der Port, über den man ihn erreichen kann. So, das haben wir gemacht, die Adresse eingegeben und jetzt kommt Preparing Home Assistant. Das kann bis zu 20 Minuten dauern. Wir warten also da einfach mal ab. Es dauert aber keine 20 Minuten, keine Sorge. Je nachdem, welche Leistungsfähigkeit eure CPU natürlich hat, ist das immer ein wenig davon abhängig, um was für Ressourcen ihr zugewiesen habt. Bei Details könnt ihr hier auch sehen, was da gerade passiert. So, es ist fertig. Wir gehen auf Mein Smart Home erstellen, tippen uns hier eine sinnvolle Beschreibung ein, warum man hier jetzt das jetzt sowas hernimmt, ist mir ja nicht ganz klar. Und legen uns das Konto an. La Schwarzwald nehme ich hier. Gehe auf Weiter und Weiter und sage Fertig. So, und wenn wir jetzt hier auf die Einstellungen gehen und unter Geräte und Dienste, sehen wir, dass hier schon einiges angezeigt wird. Allerdings unser Zick-Bi-Zick noch nicht. Ein Neustart hat hier auch wundervoll gebracht. Es war einfach nur ein Neustart gewesen, vermutlich, weil ich direkt vor der Installation den schon durchgereicht habe. Aber jetzt nach dem Neustart hat er auch den Kombi-Zwei-Stick hier als ZHA-Device gefunden. Damit haben wir Home Assistant installiert. War jetzt gar nicht so schwer. Wir hatten eine kleine Hürde gehabt. Wir mussten einmal neu starten, wegen des Kombi-Sticks. Jetzt ist er da. Der Installationsprozess ist meiner Meinung nach etwas aufwendiger, als es jetzt bei Android der Fall ist, aber lässt sich wahrscheinlich genauso auch handhaben. Könnt ihr mir ja mal in den Kommentaren schreiben, ob das für euch zu kompliziert ist oder ob das durchaus noch so im gangbaren Bereich ist. Mir fällt das manchmal etwas schwer, wenn man Tag ein, Tag aus mit IT-Themen sowas zu tun hat und Computern dazu beurteilen, ob das jetzt schon eigentlich dann too much ist. Aber bin ich mal auf eure Kommentare gespannt. Eine Sache haben wir uns noch nicht angeschaut. Das sollte beim NAS-Laufwerk allerdings nicht fehlen, nämlich eine SMB-Freigabe, sodass man unter Windows oder auch andere Betriebssysteme auf diese Freigabe zugreifen kann. Dazu brauchen wir wieder ein paar Vorbereitungen. Schauen wir einfach mal hinein. Zunächst einmal brauchen wir einen User. Das heißt, wir müssen ja auch die Benutzerrechte entsprechend anlegen, sodass das Ganze dann auch für diese Freigabe Gültigkeit hat, die wir jetzt erstellen wollen. Das heißt, wir gehen auf Credentials, gehen auf Local Users und legen uns einen User an und nennen den ganzen User jetzt einfach mal Test-User. Wir geben ein Passwort, können jetzt erstmal die restlichen Sachen so lassen, wie es ist. Jetzt haben wir hier den Test-User angelegt und jetzt brauchen wir ja in unserem Z-Wall, in unserem Pool, in dem ZFS-Pool, brauchen wir jetzt ein Volume oder ein Dataset besser gesagt, worauf dann auch geschrieben werden kann. Das heißt, wir sagen hier Add Dataset und wir geben uns einfach Namen, Daten und können jetzt hier ein Preset auswählen und das ist ganz praktisch. Hier kann man direkt SMB zum Beispiel als Preset wählen und dann fügt uns das an und sagt Save, um das Ganze auch abzusichern. Nachdem wir das gemacht haben, liegt jetzt hier ein Ordner drin und dieser Ordner hat jetzt hier eine verfügbare Kapazität von 177,33 GB. Das ist im Prinzip die Restkapazität, die uns in diesem ZFS-Pool aktuell zur Verfügung steht. Jetzt müssen wir ja dem User auch die entsprechenden Rechte nochmal wiedergeben. Das bedeutet, wir müssen jetzt auch auf die Shares hier gehen. Bei diesen Shares können wir jetzt feststellen, und gibt es jetzt diesen Datenordner hier, wo auch das Verzeichnis angegeben ist, wo die Daten sind. Und jetzt findet ihr hier in der Mitte so ein Symbol und da kann man dieses File-System ACL, also das sind diese Benutzerrechte, die da hinterlegt sind, nochmal ändern. Und jetzt sehen wir, dass hier eigentlich momentan nur die Benutzergruppe Root drin ist und das hilft uns ja nicht. Das heißt, wir sagen hier Add Item und können jetzt hier den User auswählen oder eine Gruppe, das habe ich aber hier einen User, ihr könnt natürlich genauso gut auch vorher Gruppen anlegen, wo er entsprechende User zuweist. Und wir wählen jetzt unseren Test-User hier aus und geben ihm als Permission Full Control. Also mit Modifier darf er nur verändern oder nur lesen, aber wir wollen jetzt Full Control, dass er alles machen darf. Wir sagen Save Access Control List und haben jetzt das Ganze angelegt. Jetzt schauen wir auf unserem Windows-System, ob denn auch was ankommt. Wenn wir jetzt also in unserem Explorer die IP-Adresse eingeben, werden wir nach unserem Benutzernamen und Passwort gefragt. Ich habe es jetzt hier schon eingegeben und wir haben jetzt hier Daten und können jetzt hier einfach etwas hier reinkopieren. Ich mache das mal. Und er kopiert jetzt auch mit einer relativ vernünftigen Geschwindigkeit die Daten hier herein. Mein persönliches Fazit. Zunächst einmal muss ich sagen, dass mir der Funktionsumfang von Trunas sehr, sehr gut gefällt. Was ich sehr schön finde, ist, es gibt VMs, es gibt Docker, es gibt die Möglichkeit, auch vorkonfigurierte Docker zu nutzen. Die Vielzahl an Protokollen, die unterstützt werden, das sind alles sehr, sehr positive. Dinge. Ebenfalls ist das ZDFS sauber integriert. Ich sage mal, mit ein wenig Einarbeitung ist man in der Lage, damit auch gut umzugehen. Was gefällt mir nicht? Nicht gefällt mir zum Beispiel, dass es eine gewisse Komplexität ist. Also so ganz selbsterklärend ist es nicht. Ich musste auch ein paar Sachen nochmal nachschauen. Wo muss ich was konfigurieren? Das ist eines der Nachteile. Was mir auch nicht so gut gefällt, ist, dass die RAM-Usage doch sehr, sehr hoch ist. Ich weiß gar nicht, warum. Ob das nur am ZDFS-Volume liegt oder Pool liegt, ist mir nicht ganz klar. Bin ich jetzt aber auch nicht so gekommen, da weiter zu recherchieren. Vielleicht ist es auch nur eine Einstellungssache. Ich möchte jetzt allerdings meine Meinung nicht hier in den Vordergrund stellen, weil eure Meinung zählt. Und deswegen schaut es euch an und entscheidet es. Ich persönlich würde es einsetzen, als Storage-System zum Beispiel. Ob ich es jetzt als Hypervisor einsetzen würde, weiß ich nicht. Das wäre mir jetzt, glaube ich, zu nervig, wenn ich das so sagen darf. Aber da mag jeder auch anders sein. Jetzt sind wir auch schon am Ende dieses Videos angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und es würde mich auch interessieren, ob euch solche Art von Videos gefallen. Schreibt mir das gerne in meinen Kommentaren hinein, ob ich so etwas weitermachen soll oder ob das doch eher nicht von Interesse ist für euch. Ich weiß, es ist eher am Rande von dem Thema von Home Assistant. Aber manchmal kann es ja auch helfen, eine persönliche Entscheidung auch zu treffen. Wie setze ich was dann auch ein und dafür soll es eigentlich da sein. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch geben könntet und natürlich auch, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Und jetzt bleibt mir nichts anderes mehr zu sagen, als macht's gut, bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017